youtube was geht und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal freunde heute teil 2 von dem event wo wir gestern waren von orbit room wir sind heute in koblenz heute ist es in der wilden heimat x-universe deswegen grüße gehen raus an josef den sehen wir auch gleich heute wird part 2 heute wird noch schlimmer als gestern gestern war schlimm also von teil 1 aber heute wird noch schlimmer ich sag euch ehrlich seid einfach gespannt lasst ein like ein abo und kombi da und ihr kennt das ganze teilt es einfach und ihr wisst bescheid ich kann das später nicht mehr sagen deswegen treffen jetzt leon wir gehen noch was trinken und danach gehen wir in den club wir sehen uns gleich nee oder nicht der schon wieder was ich hab so gut geschlafen ich hab so gut geschlafen ich nicht warum erzähl mal kurz oder ich hab euch gefühlt eine weltreise gegeben ist der doof ich fahr dieses mal nie wieder nach hause du fährst meinen arsch jetzt nach hause heute heute liegt auf dem weg bro es liegt auf dem weg bro krank 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 aber ehrlich was denkst du heute 1 bis 10 oder heute wird eine 12 alter ich weiß nicht nur alkohol konsum auf die partie ja nur 10 da bin ich auch ja ich denke mal diesen josef hana Kennt man ihn? Wahrscheinlich kennt man ihn. Oh Bruder, Pause, Bruder, Pause. Warst du eigentlich schon einmal im Vlog zu sehen? Nein, aber ab heute. Leute wissen nicht, das ist Onkel. Yeah! Alkoholevel muss 11 von 10. Bist du nicht Fahrer heute? Ich bin Fahrer. Aber er schläft im Auto, Freunde. Ja, ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass in meinen Vlogs viel Alkohol getrunken wird. Fahrt niemals, wenn ihr getrunken habt, Auto, ich schwöre. Dann schlaft lieber einfach im Auto und geht am nächsten Tag was frühstücken oder so. Macht das nicht, Freunde, wirklich, macht das nicht. Das ist das Uncoolste, was es überhaupt gibt. Facts, pass in den Mund. Die ist aber noch nicht ganz. Auf euch. Auf euch. Der Öff ist auch da. Sag mir bitte, du trinkst heute. Ja, normal. Ja, normal. Und sie ist auch da. Oh ja. 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 Oh. Was ist deine Motivation heute? Hey, ich brauche dich. Sag mir bitte. 11 von 11. Bitte, du trinkst heute. Nein, nicht mehr Fahrer. Ja. Aber trotzdem 11 von 11. Scheiße. Und wir haben ein neues Gesicht. Hallo. Wie geht's dir? Ja, gut. Ja. Wir haben ein neues Gesicht. Ja. Heute gibt's viele neue Gesichter in meinem Vlog. Wie ist denn das neu da? Viele, 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 viele. Das ist richtig. Alle auf einmal. Das ist richtig. Alle auf einmal. Aber heute gibt's Stoff. Ja. Also Freunde, wir sind jetzt drin. Vielleicht mal kurz zurück. Gib mir mal kurz deinen Schluck. Wir haben hier einmal ihn. Hallo. Den kennt ihr. Hallo. Den kennt ihr. Hallo, ich bin's. Der Allerechte. Wie immer. Wunderbar. Sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir hier einmal den Schluck. Den kennt ihr noch von dem Gästen in Schluck. Und wir haben ihn auch da. Wieder da. Echt, alle rücken zur Brücke. Alle rücken zur Brücke. Alle rücken zur Brücke. Korrekt. Korrekt. Ja, alle rücken zur Haare. Du gehörst auch dazu, Bro. Du gehörst dazu. Es wird wild, Leute. Es wird wild. Und wir sind dann hier nur fang. Freunde, Seismik natürlich am Start. F***! Seismik am Start. Und wir haben dann RIKKI! Ja, 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 ja. Ja! 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 Htia! Eotwii!! Eotwii!!! Eeeh! Das war's für heute. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ja, ja. Like a blizzard, when we drink we do it right, getting slizzered, synth and scissor, been my ride, been my ride, like 3-6, now I'm feeling so fly, like a G-6, like a G-6, like a G-6, now I'm feeling so fly, like a G-6, like a G-6, like a G-6, like a G-6, now I'm feeling so fly, like a G-6. Like a G-6, now I'm feeling so fly, like a G-6, like a G-7, now I'm feeling so fly, like a G-6, now I'm feeling so fly. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020